Ich erwähne da mal als gutes Beispiel, im Zivilrecht hatte ich damals den Professor Dr. Jens Petersen von der Universität Potsdam. Das war derjenige, der die beste Zivilrechtsvorlesung gemacht hat. Warum? Wie hat er es gemacht? Der hat gleich mit uns angefangen, Examsklausuren zu bearbeiten. Der hat uns die Klausuren vorgelegt und hat uns an die Hand genommen und sukzessive durchgeführt. Wie lese ich eigentlich so eine Klausur? Wie muss ich die Fallfrage verstehen? Wie baue ich mir jetzt eine Lösungsskizze auf? Und daran hat er den ganzen theoretischen Stoff dann auch vermittelt. Und das war perfekt. So sollte es aus meiner Sicht eben laufen.